Ich würde nicht, warum das Ess hier ist für Sie. Maschinenmilch? Ein Energiepaket voller Nährwert von der Vitamine und Mineralstoffe. Trinken Sie es aus, bevor es Steine hart wird. Na schön. Ich muss Ihnen mal ehrlich was sagen. Ich fühle mich so frisch wie ich, äh... Seit Jahren fand ich mich mehr so pulver. Sie sind ein anderer Mensch. Die Würstchen sind sehr gut. Ach, das gibt Tinteröffentüller. Das ist doch sehr gesund. Wir müssen nur dafür sorgen, dass es so bleibt. Die Eier sind auch cool. Na, jetzt gehen wir wieder in die Turnhalle. Also nicht. Ein Tag muss Pause sein. Fahren Sie in die Stadt und erholen Sie sich. Aber morgen ist doch meine Untersuchung. Entspannen gehört dazu. Wieder Sporttraining. Na, da haben wir ja noch Zeit. Denn nach dem Arztbesuch, wenn ich bestanden habe, werde ich total entspannt. Aber nun gehe ich in die Turnhalle und werde mir das reingefreschene Frühstück wieder runterhusten.